Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Kathi Hochold und ich freue mich wirklich sehr, durch die diesjährige Weihnachtsfeier begleiten zu dürfen. Ich freue mich riesig, heute hier bei Ihnen zu sein und so viele Gäste zu sehen. Diese Feier ist aus vielerlei Hinsicht ein echtes Jubiläum und ein Höhepunkt. Wer ist eigentlich das Rückgrat der Firma? Und jetzt sind wir bei Ihnen, bei Ihnen allen, die hier im Raum sind. Das Team, die Mannschaft, die hier zusammengekommen ist, die ist etwas Besonderes. Beide, Herr Dr. von Boxberg und Herr Koska, haben als Team sehr schnell zusammengefunden. Sie gemeinsam waren ein echter Glücksgriff für das Unternehmen und seine Entwicklung. Der Fußabdruck, den Sie in den letzten sieben Jahren hinterlassen haben, ist bemerkenswert. Er wird Wintersteiger auch in Zukunft prägen. Ab Jänner wird die Wintersteiger Technik und Service Halle Wundtich Boxberghalle heißen. Erster Platz beim Vorleben der Wintersteiger Werte, Wertschätzung, Offenheit, Miteinander und Vertrauen. Florestan Boxberg Frohe Weihnachten, guten Rutsch und dass wir uns alle gesund im 2024 Jahr wiedersehen. Dankeschön.